Ich habe gestern noch einen Plan gezeichnet. Also ich muss am Montag ein Aufmaß machen. Bist du dich noch nicht am Wochenende beschäftigt? Nachmittags vielleicht? Morgen ist da bis 19 Uhr gar nichts. Das heißt, man muss nach Hause auf, weil man reinkocht. Morgen können wir echt mal was überspielen. Hast du denn Basketball noch? Ja, habe ich noch. Das ist schon dunkel. Ich habe eben nur Bändern bis zum 22 Uhr. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Heute. Also heute habe ich mit der Voruris besprochen als Sozialarbeiterin. Dort kann ich das Blatt und Posten. Dass ich, solange ich noch studiere, wenn ich jetzt noch was zu tun sehe, dass ich keine freutische WG kostet günstig mir den Zimmer reinrichten kann. Somit will ich nicht, solange ich jetzt noch fertig bin, finanziell für meine Eltern abhängen. Weil ich ja nebenher erst wieder, spätestens im Oktober, und eigentlich später, mich erst auf vernünftiger umdrehen kann. Und dann wieder ein paar Besuchzeichen mitzunehmen. Wann soll ich das mit einem einzigen Partner raus? Weil es wahrscheinlich nächsten Winter noch nerviger wird als diesen Winter. Und ich krieg's mir noch in Taschengeld extra und kann fragen, ob mich zu verdienen, was ich will. Und kann den Studenten-Stadt-Tourleuten mit erhalten. Um das Spüle zu finden. Genau. Und das muss jetzt nächste Woche, muss ich mich dann bewerben. Da gibt's in 3.000 einen zum Spülen. Das ist eigentlich das Geilste. Wir haben ja nur einen Platz. Dann muss ich in Bewerbung schreiben. Wieso ich da wohnen will, dass ich noch auf Diklum studie, dass ich mit allem festfertigt bin und dass es trotzdem eine existenzbedrohende Situation ist, weil ich nicht voll kundestätig sein kann als Student und mich nach den Führungszeiten und Schülerzeiten unter Kontrolleffekt zurechtet habe. Dass man danach geschafft, keine Jugendlichen oder junge Männer, da soll ich auch noch reinschreiben, dass ich von meinen Eltern nicht mehr voll finanziell abhängig sein möchte und einfach den Studienerfolg beeinträchtigen kann. Und was soll ich noch reinschreiben, dass ich riesig hoch depressiv bin, das nicht bedeutet, dass ich keine Antriebsschwäche habe, sondern dass ich... äh... äh... ich hab mir gar nicht... ...gegen späteren Stunden einem gruseligen Humor zu Tage lege, erstens das... ...und zweitens... dass ich mich damit abwenden muss, dass ich für die Probleme der anderen auch nichts kann. Und... dass ich was Schönes machen soll, jeden Abend, was nichts kostet. Ich sammle jetzt mal nie nicht. Sammle jetzt der Kamal. Jetzt... ja. Muss ich mal ein Bild darin? Ja, schon, weil das ist im Juni. Muss ich mal ein Bild darin. Weil Alkohol ist eigentlich... nicht gesund. Und auch... vor allem nicht am Wochenende. Und ich sag mal mit Süßspeisen anfangen. Kochen über Süßspeisen. Nicht zu deftig, nicht zu schraff. Genau. Das hilft eigentlich alles gegen die Rezeption, die keine Angst und Schwäche ist. Genau. Das hilft dann wirklich das Ding. Weil wenn ich mir die Bulgärsprache eh schon abgewöhnt hab... Und ich muss mich angeblich wirklich nicht rechtfertigen für das Leben der anderen. Weil es gibt doch wahnsinnig Ferialschule angekommen. Und gar nicht studieren. Genau. Oder weil sie eh viel besser als Schema... Dass ich nicht immer sagen soll, ich habe keinen Studium für dich. Das geht den Leuten auch nicht auf den Wegkern. Geht nicht. Ich sollte das Thema um Schiffen machen. Also ganz einfach. Und jemand sagt, ja, ich studiere gerne. Oder nein, ich möchte dazu keine Meinung äußern. Oder einfach, ja, Studium ist ein Privileg. Ich habe es erhungen durch mein bayerisches Abbot. Das sind Sachen, die helfen. Dass man weniger innerlich gestresst kann besser schlafen. Und... Und... Sollten sie sich halt auch mal wieder mit Süßschweißen beschäftigen. Nicht nur mit deftigem Essen. Weil... Scharfes Essen... Und... Laut... Allerbeutigen... Angeblieben von... Nachfragen. Ich habe gestern Chili gemacht. Ich habe für die ganze Gruppe... Tillie. Ja. Wo ist es doch? Tillie. Mit Fleisch. Ja, nur mit dem Fleisch. Und... Vegetarisch vor Eis. Abgeschmacken. Gleich schon. Und das habe ich einfach jetzt freuen. Also bis Oktober dann auch noch die Gruppe. Ich soll jetzt so aufhören. Wir mögen euch machen. Was nach Oberboschorgen. Was wir dann aber leisten können. Ja. Und das ist natürlich auch, man. Nicht spannend. Gleich schon. Ausnahmsweise. Weil ich wäre angeblich schon zwei, dreimal länger gelockt gewesen. Auch wenn ich nicht mehr gelockt habe. Ich soll einfach einmal nicht drüber nachdenken. Äh... Was da als nächstes Jahr ist. Es ist sowieso klar, dass ich dann mich bewerben kann. Aber es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Montag und Donnerstag. Das ist ein total schönes Jahr. Weil ich dafür wirklich nicht hin muss. Und das ist total teurer unbedingt. Sie leben. Sein eigenes Geld verdienen. Aber das kann ich wirklich auch nächstes Jahr wieder. Weil ich muss bis Oktober immer technisch wieder finden. Ich darf nicht aufs Amt. Ich soll mir das auf den Kopf schlagen. Dann habe ich nicht extra mit mir. Bis zum 16. Bis zum Oktober. Weil dann kann ich fertig sein. Wenn die Prüfungen stattfinden. Die finden statt. Ich habe die letzten Verprüfung. Okay. Ich habe schriftlich heute per Post bekommen. Dann kann ich mich auch ein bisschen mit dran verwandeln. Und schön. Und ich soll Ihnen zeigen, dass ich das teigere Wochenende. Montag und Dienstagnachmittag kann ich auch in die Erkotherapiegruppe. Wenn wir den vermeinten Spaß machen, darf ich auf jeden Fall mitmachen. Ich soll am Abend mein Ausgang nutzen. Immer nach 20.30 bis 21.30 Uhr. Wenn man kein Alkohol in der Station kriegt. Das ist ein wirkliches Problem der Jugendmann. Ich darf nicht verstanden. Das weiß ich nicht. Warte, was soll ich nochmal machen? Ich brauche morgen Aufwandern. Am Morgen kann ich nicht was brauchen. Wenn das alles gekriegt ist, dann ist die Station. Ich bin nirgends nach mir rein. Ich soll im Haus keine Rollenband kaufen. Also keine Schokobots. Es geht nicht. Da ist es im Haus zu 10 Minuten zum Tag. Keine zu ziehen. Ich soll nachts keine Ahnung. Das ist einiges. Weil ich es nämlich halbem gemacht habe. Das ist schlecht von 10.30 Uhr. Das ist nicht. Da ist es in der Klaus. Und zwar in ein TWG. In einem Alkohol. In einem Zinnernkrieg. Das ist in einem Zinnernkrieg. Das ist in einem Zinnernkrieg. In einem Zinnernkrieg. In einem Zinnernkrieg. In einem Zinnernkrieg. Ich weiß nicht. Im Zinnerkrieg. Oder im Zinnernkrieg. In nem 5 Instituss noch Us Ich habe die ganze Zeit weggebracht und er hat sich zu Weihnachten gekriegt, aber er hat noch eine Playstation gemacht. Und ganz viele tolle Sachen, die sie nicht mehr brauchen. Mein Ex, der in die Augen ist. Das ist natürlich toll. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt meinen Führerschein jetzt packen kann, das ganze Film zu machen. Warum soll ich jetzt nachdenken? Das will ich machen, ich brauche auch keinen Führerschein. Wie, was wird es dir freuen? Der wohnt halt wirklich eigentlich in ihrer Wohnung. Ich weiß ja gar nicht. Die andere hier ist viel praktischer für andere. Die will jetzt einfach demnächst mit mir auf Flur gefahren, die hat ein Auto. Und dann kommt er auch an ihre Familie zu. Die gehen auf Frühlings. Das ist halt sehr gut. Und ich habe dann auch mal einen Schultür gehabt. Und ich habe dann auch mal einen Schultür gehabt. Das ist auch noch der Rutsch. Das ist auch noch der Rutsch. Das ist auch noch der Rutsch. Aber mit Frauen und mit. Das ist ja ein Überzeugungsverhalten. Und ein Alkoholiker, um 155. Und... Fake and art Wildinger Aber EFF 길 Ich bin Sehrười Für sich Ich war Tag Ich weil es täte mir gut. Immer eine, halben Stunden. Was tun wir jetzt? Ich habe hier einen Stück gemacht, der ja gar nicht da. Ich hätte jetzt auch einen kleinen Stück gelaufen. Ich soll mir einfach mal um mich keine Sorgen machen. Ich soll mich jetzt einfach in so einer therapeutischen Begehenden im Zimmer stationieren bei den Aktiven. Bei denen, die aktiv am gesellschaftlichen Nebenteil aufhalten. Da darf ich mitmachen. Nicht bei den Schultzen. Ich hoffe, ich darf nicht mitmachen. Wir könnten mehr waren. Aber im Endeffekt, das ist schon richtig geworden. Das ist schon alles richtig geworden. Man muss mir jetzt auch diesen privilegierten Status sehen, wie es mit der MVG-Karte im Ausbildungs-Tarif 2 dieses noch mögliche erreichen und dann auch noch 20. Das ist das alte Einkommenssystem. Mit Diplom, was mehr ist als ein Vordiplom. Weil das gilt für die WB, A, B, C, L, A. Aber nämlich soll auch nicht flirten und mit irgendwie mit einem gerissen umgeheben. Die blenden einem Grunde an der Hauptschlöse im Flügel hat es 14. Aber manchen sitzt auch schon 35. Mit denen muss ich in eine Arbeitsgruppe treten. Mit einem, vor allem, die oder die kleiner�isame Kampferwitzel, einem wird er 80. Nein, jetzt sind's. Haha ! Aber die ist kompetenter und voran ja keine Dinge mit der beste Niemann. Das ist doch toll Die hatten Fehler mit dem Kinn Ja, das wissen wir gerade Schau, der Tom, der Rikscherfahrer, der ist jetzt ausgetreten auf der Wachschule Dem war es zu blöd Warte nicht Vielleicht macht er trotzdem noch nicht Er hat heute gefehlt, also gestern gefehlt Ja, schauen wir mal an, wie es da heißt Du musst ja immer noch mit den Tenten sprechen und kennenlernen Du musst jetzt ein E-Mail hinschreiben Am hohen Tag möglichst Um die Sprechschule zu vereinbaren Am Donnerstag gehen wir auch mit den Patienten 4 Kalorien, weil der zu 10 ist Man fühlt sich höchstwahrscheinlich gar nicht einmal Störend Oder aufgänglich Sondern einfach nur gestochen höflich Und ich soll zu manchen Themen einfach gar nichts sagen Wenn der Dezern sagt, man soll nicht Sozusagen jetzt erstmal Soll es einfach mal einen Raum stehen lassen Dann ist das Weil es ja Freizeit ist, wo man damit Dem vorbringen muss Dann ist das durchaus legitim Wenn der dich dafür interessiert Was man macht Und ist in der Zwischenvertretung Und man braucht nicht mitmachen Aber man darf Die Man muss da nicht immer Vorsitzenden haben Nicht einfach nur Denen erklären, wie das mal war Was man da machen muss Und ich war mal Kassenwart Ich war mal Kassenwart zwischen der Zwischenvertretung In In Letten 2 Semester meines Grundstudiums Es war der schönste Job eines Lebens Ich musste Bier verkaufen Oder 놀 da Die Und die Untertitelung des ZDF, 2020